und willkommen zurück zu einem neuen part von minecraft online nachdem ich mittag gegessen habe geht es ja auch schon weiter und das war ein kleiner ruckler ja wir hatten ja in der letzten part ja schon die ersten pläne gemacht für ein neues haus hier am hafen und dann geht es hier jetzt mal weiter ja ich muss ja am ende der des letzten part musste ich ja ja mal einen kleinen stopp setzen und ja das ist hier ich weiß nicht wer wo ist dein anfang ist das hier dein haus oder das ist mein haus das ist das musst du woanders hinsetzen weil ja hier kommt dann der weg hin also hier wird dann hier wird dann direkt der weg rei hingehen muss das bisschen nach links schieben aber ja das erste modul user join your channel moment hallöchen gucki im moment ich gibt ja talkpower so ja mal ich muss gerade schauen also der weg muss da lang führen also wenn du komm mal hier zum weg wo ich die erste stehe dieser weg wird dann hier so weitergeführt hier geradeaus und ja da ist es mitten im weg ich möchte jetzt hier mein haus anfangen also zu mir leid so dann ja es soll ja später auch wirklich nicht so wie in hungen hild so verwinkelt sein sondern ob ein bisschen struktur hier rein ja das man ein haus und jetzt ein haus passiert passt das ist mir ab zu holzen hier ein haus ist nämlich ein bisschen weit und zwei zu vorne genau da soll er weg hin aber denn es sonst das cool aus oder ja auch ganz wein so aber ich weiß nicht erst ausprobiert blocke das nach hinten so weiterschauen es wäre auch empfehlenswert wenn hier am rand jeweils auch noch einen block gras immer ist so wie dort vorne hier wenn ich hier mein hausbau das hier ist auch noch eins dann freier frei ist ich meine jetzt meinte ja ja was ist ein bisschen besser schneller ja da war das auch nur effizient zweihalte 2 2 um auf die Karte schauen wir doch so Kino hat genommen ich muss man Weihnachten also wenn man jetzt hier mal schaute die Welt zwei Fenster und so Bruder kommt der Eingang ich bin der Holzfäller und die Konzern ein bisschen Holz mitbringen wenn ihr auch dringend braucht es gibt natürlich auch Holz im Shop nur so etwas ach so eins kommen okay guck mal was lässt mich kommen welchen 3,7 9 er wie viel ich muss noch zu denken ein Stück oder so wenn man kriegt ja auch nur zu 50 Prozent etwas also 50 Prozent Wahrscheinlichkeit naja kann das schon möglich sein so die Reine im Leben habe ich jetzt ach so ich hab einst der gleiche 90 meinen Schiffen ach so er was in der Schiffen sind und hatte 100 Stämmer musste er bauen aber das habe ich leider schon oh so ich hab auch schon ich glaub 300 Blocke mit dem Boot gefahren dann kriegst du Fische ja und meinte so weit wie also hier ist dann die äußerste Kante bei mir wenn das so okay ist ja dann mach ich noch ein Dings also 1 2 3 also ich hier ist dann mein Ende okay ja dann ist hier so eine kleine Gasse ja so passt das dann und mein Haus habe ich extra nach hinten gemacht weil guck mal hier kommt noch Sonnensignal jeweils rein und dann wäre blöd wenn die auf dem Weg wäre okay okay du machst das schon und jetzt brauche ich eigentlich ein Holz Slabs dafür brauche ich halt ein bisschen Holz und guck ich hab dir so viel Stein gegeben mal gucken was übrig bleibt ne gib mir einfach warte eins gib mir mal so fünf oder so fünf Stämme reicht ne oder sechs ne sechs wird glaub ich perfekt passen oder? ja doch sechs passt in die Perfekt glaub ich ah ja fünf aber ein bisschen sexier ne sechs passt weil weil es 20 durch drei geht nicht oh ihr macht das schon ihr macht das schon so eins drei hab ich ja oh geil meine Ecke passt genau perfekt das finde ich ganz dann muss ich jetzt noch mal nach Hause ich hab keinen Bock dann noch mal drei Minuten mit der Bahn zu fahren ich muss nach Hause oder ich er macht das gleich ne aber dann müsste ich ja wieder zum Hafen zurück aber ich kann ja mich mal ganz kurz gleich hinlegen wenn es nachts ist dann kann ich mich töten lassen und dann sporn ich ja wieder hier oh dann möchte ich ja auch einmal schlafen oh ne das ist unsemitry alles alles abmachen oh die soll ist bei mir sowas wird fett ja bei mir strahlen noch die sonnen strahlen zwischen die laubblätter bei mir nicht bei mir ist der Kopf untergegangen und der mond strahlt so ist schon soweit bei mir hat der mond schon gestrahlt ein schädel also ich auch nicht so dann mache ich mal es lässt bauen was willst du denn jetzt diorit granit und wie heißt das andere an sieht ja ich habe ich habe da noch nie auf diesem server mit diesen drei materialien gebaut jetzt wird es mal zeit denke ich mal ich habe schon ja ich habe auch nicht und diorit war doch das orangen oder ne das war granit ja mit granit und diorit habe ich gearbeitet aha naja ich hatte mal auf den ersten server welchen ich hatte mal mit den jeweiligen gespielt gebaut aber da ich ja den server dann um eine version tiefer machen musste also statt 1.8 1.7 ist mir das halt ja konnte ich das nicht mehr verbauen also musste ich das abreißen vorher ja ja da ich hab damit den boden gemacht weil das orange und weiß ist und das cool aus aha wie kriegt man einen polierten granit diorit ja hier an die vier zusammenkraft in deinem ganz meinen kraft gefällt ach so ich muss das poliertes zeugs da gibt aber ja dachte ich ihm zuerst auch aber okay warum hast du suizid gemacht damit ich wieder am hafensborn du hättest hier auch jetzt noch ein zombie war keiner gott in der nähe ein suizid so dann wie mache ich denn das also hm jetzt mache ich hier ein bisschen was von ich möchte jetzt ein bisschen vom design vom ersten server jetzt auch mit verwenden was ich halt als es damals noch in 1.8 war was ich da verwendet habe und ja mal sehen wie es dort so so ich hab sogar richtig geschrieben boah uiuiui du grammatikkünstler boah ich hätte fast meinen op-bogen in die kisse mal in die kisse gefahrt in die kisse da kannst du das fenster einbauen ne noch nicht irgendwie habe ich weiße glasscheiben mitgenommen ja dann ja war vielleicht ein bisschen zu viel ja aber okay ja und dann sind ja auch gleich drei neue häuser dann wird ja die hafenstadt auch schon ein bisschen belebter ja ja so wie viel eichenholz habe ich noch genug denn es aber macht das bitte nicht so dass man auch vom sporen zu longhills immer fahren muss naja das mache ich also da will ich auch noch eine lösung für suchen erstmal ist ja noch die erste strecke noch nicht ich würde machen dass man nur jeden zweiten tag oder so oder nicht jeden tag das benutzen soll muss ja das kann nicht das ist nicht schwierig das einzustellen aber ich werde da schon noch eine lösung finden keine angst auch wie jetzt hier die sonne scheint im f1 modus die ganzen schatten hier ja das hat schon was das hat schon was ja ich finde kacke dass es nur von nur von äh fichtenholz äh slabs gibt das ist so blöd nur von fichtenholz slabs gibt es? äh es gibt nur eichenholz man ach so so das du hast selbst gesagt ja aber slabs sind doch auch halbe druckplatten nein das sind stufen oh malte das tut schon weh ja es tut äußerst weh ja aber das ist kacke weil ich will halt meinen boden damit mit fechtenholz bauen und vorn die tür sollen druckplatten hängen das sieht dann blöd aus ja hast pech also nicht sagen plage machen wo es das gibt jetzt äh ich hab da schon tausendmal erklärt plack ins nicht dafür da blöcke zu äh zu erstellen das können plack ins nicht ja leider vielleicht kommt das ja in der 1 9 das ist ich soweit ich weiß ist das auch technisch gar nicht möglich doch das ist möglich jay jay hundert steine platziert habe ich oh das habe ich schon lange was habe ich bekommen eigentlich ja ich bin gerade am schauen kriegt man da kommen ne was kriegt man da ne eisenspitz ach ja da da stimmt ne eisenspitzhacke ja ich hoffe ich habe das jetzt richtig gebaut muss immer rüber rennen aha alles klar die welt wurde gespeichert tatsächlich habe es richtig gebaut bei mir nicht es gibt kein zurück ich habe vorhin den ersten backup gemacht also ich kann immer noch zurücksetzen man kann die auch abbrechen ja oder das so ja ich muss sagen den haus sieht schon cool aus dennis oh dankeschön deins auch und cookies natürlich auch ja danke ja gucki dein haus so gucki kannst du mir helfen bei ja ja hilf mir einfach ich bin hier bei deinem haus bei deiner kiste da und ich sterbe gleich jay sterb 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 hä wo ach da hä hey wieso tust du mir weh ja es kommt hier nicht mehr raus willst du mit zug fahren oder was ja warum ich hab da geschlafen ich hab auch nie mit zug fahren ach mist nein hör auf wie die kleinen kinder wie die kleinen kinder so noch ein ändern wenn dabei annehmen denn es gibt mal wie viel stämme ich hier verbaut habe du hast eine ganze menge stämme verbaut ja ja das hat sich gerade gefragt wie komme ich jetzt hier wieder aus ja genau das habe ich eben doch gemacht äh gedacht meint aber ich kam da auch aus wo ich reingekommen bin das wäre ein wunder ja und wie man da rauskommt ach so woraus denn das guck ich's haus oder wo ja so sieht zwar ein bisschen einfach aus äh aus dem fenster ja aus dem fenster richtig doch das eichenholz reicht gerade so gerade so ich habe meine berutsamkeit schaufel mit jetzt kriegt die ganze Zeit Grasblöcke oh ich hab mir wirklich drei schaufel ja ich hab neulich mit ähm glück drei glas abgebaut und hab ähm gehofft dass ich äh glas raus bekommen immerhin glück 3 ne muss ja was rauskommen hat wer kohle mit bei äh äh ja 39 cola brauchst du welches ja für glas ja klar ich was wir an die Truhe und ich hab hier Cola beim Boden gesehen äh ich hab neulich kann ruhig ich hab hier in die Truhe 20 Kohle reingetan das darf nur denke ich mal reichen kein Problem 3 weiß wer wäre wie man weiße Fenster macht ja ein Boni in die Mitte und das um außen drum äh ich hab keine Boni ah ich hab 6 äh ich hab über 3 nein über 2 Stacks Glasscheiben und immer noch die Inventar angebe und jetzt hab ich 35 Kohle für dich gucki ist die Karte aber schon Kohle ich liebe das ähm wenn man so über die Wiese geht mit Shader bei mir bewegt sich ja noch das Gras und die Sonne entgegen auch ja bei mir auch ja hm hm ist doch dieses Jugendforts eins der best der beliebtesten Jugendwörter Earthborn wenn man einfach so stehen bleibt und die Landschaft so anschaut hat einer ähm Sand dabei nein brennt grad was uuuh meinte da müssen die Teils rein komm noch ja das wird hier nicht das größte Haus aber denke ich mal schon trotzdem ganz okay hier könnte ich aber auch so fett mein Haus ist voll mini hier könnte ich eigentlich dann eine Tür rein bauen zum kleinen Steg hier so eine Privatangelplatz wenn man nicht gerade zum Angelhaus möchte weil ich bau den Dach nach ne ein Dach von wo von Longhills das ist aber auch deine sein Dach äh wie mache ich das am besten hier eine zack und es regnet im Regen bauen ist doch gerade am besten ach das ist voll kacke mein Kopf wird nass ja genau wie geht wasser oh seid ja aus Holz äh aus Zucker ja mein Holzquill ist ja auch und meine Wolle ich hab hier noch Wolle rumstehen dennis oh ach nur ist es nicht symmetrisch ich könnte kotzen ich raste aus so wie machen wir das hier mit einem Eingang ach ach ich kann die ganze Zeit hier runter mach ich jetzt mal sag mal ey kann ich sagen mal an tun war das gerade keine Ahnung was davor äh muss gleich essen so oh du musst gleich essen oh ich hab eben das gegessen es gab leckere Spaghetti mit Tomatensoße und Käse mhm jetzt hab ich mich auch noch alles einverbaut oh oh guck guck mal ich hab's noch hingekriegt guck guck i see you und stalker nein meinte da bin ich nicht ich bin hier hab die hab die alle ne warum nicht ja weiß nicht mehr modz einfügt also wie jetzt der mond der scheinen durch die fenster schon durch scheint auch das ist ja auch cool das ist erwartet mein koppel ist gleich leer wär ganz viel koppel ich hab 56 komm aber die brauche ich noch habt ihr 5 Stacks gegeben hallo ja das ist gleich leer naja zuhause habe ich noch ein bisschen koppel wenn du dann wirklich welchen brauchst dann gehe ich nochmal nach longhills hä wo wohnst du denn wenn du koppel zuhause hast zuhause in longhills also das ist hier dann mein zweites zuhause also auch mit wett und so denn ich hier ein bisschen am hafen ein bisschen weiter baue dass ich hier auch eine unterkunft habe so habt ihr das doch gemacht oder malto guck mal kurz rüber wenn wir hier keine fenster sind sieht das gut aus ne das sieht tatsächlich aus warte kannst du mal kurz rüber gucken dennis wie soll ich machen da wo keine fenster reinkommen sollen ich würde an deiner stelle immer noch ein zweiter nach vorne machen damit hier so eine tiefe reinkommt und ich habe selber ja so sein dann nach vorne ja genau so soja ja mache ich noch dann hat das so eine spezielle tiefe was auch ganz und die playlist ist durch ja dann fängt sie halt noch mal von vorne an auch verbaut